Testvideo der Helmet Hero 5 Wide Kamera, der einzigen Extrem-Weizickel-Kamera in unserem Test. Im Bild zu sehen ist die Testkarte für Kameraden Objektive. Der Kamera Abstand zum Bild zur Testkarte beträgt ca. 30 cm. Im Off zu hören ist meine Stimme als Test für das Mikrofon unter Idealbedingungen, d.h. unter völliger Ausschluss von Umgebungsgeräuschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017